Dass sie hier ist, Natja Molli! Single Malt Whisky, Musik-Singles, freiwillige, unfreiwillige Singles. Ich weiß nicht, gehören Sie zu irgendeiner dieser Kategorien? Vielleicht der Letzteren? Weil dann habe ich, also ich hoffe für Sie die letztere Kategorie, denn dann habe ich für Sie die optimale Lösung. Nehmen Sie ein Video auf und stellen Sie es ins Internet. Es ist nicht so, wow, die total neue Idee, aber es funktioniert. Ich kenne ein paar sehr erfolgreiche Fälle, also nicht jetzt in Österreich, also internationale Frauen, internationale Frauen wie du und ich, Göttinnen der Liebe, Priesterinnen der Verführungskunst, Engeln der Erotik, Frauen wie Ramona Krummelanke. Recht schön guten Tag. Ich heiße Ramona Krummelanke. Und ich möchte auf diesen welchen Mann finden, der zu mir und meinem Wesen passt. Einen Tschigolo vielleicht? Ja. Vielleicht erst mal ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Jungfrau und im Sternzeichen bin ich wieder. Das bedeutet, mir kann niemand widerstehen. Ich finde es lustig. Vielleicht hat jemand von Ihnen Zeit und Lust, sich von mir verwöhnen zu lassen, bis er besinnungslose schreibt. Ich hätte gern stark behaarten, feurigen Tonnenquan, aber mit dem Stehvermögen einer deutschen Eichel. Dankeschön, ja. Ruf mich an. Ramona Krummelanke. Meine Herren, wir kommen gleich zur nächsten Dame. Ich möchte Sie jetzt einladen, in die exotische Welt Indiens einzutauchen. Mit Mandala. Namaste, ladies and gentlemen. Namaste. Mein Name ist Mandala, and I come from India. 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 A country full of precious spirituality. Full of nice, joyful people. And very spicy food that blasts the sheet out of your body. Namaste. People, if you are looking for love, you are looking for Mandala. So come to India, the land of Kama Sutra. Kama Sutra. In India we say, fake it until you make it. Kama Sutra. Kama Sutra. People. The guys in India, they are masters of love. They can do it anywhere, and anytime, and many times. The Indian word for that very special masculine power is Fata Morgana. Call me, you see, I am like Buddha. Not as fat, but as happy. Call me, namaste, namaste, thank you. Yeah. Ciao. Mi chiamo Lucia, ik eise Lucia. Seis ik af blumen, romantik ik anser, seis ik af van kolo. No. Komst u zu mir, makit je süssel, große süssel, tagjatelle, arabiata diavolo. Ik smeissi dik auf das Bett, du spürst meine Melonen, ik selet eine Zucchini, und zusammen, wir machen eine große Insalata Mister, kapische? Aber, müssen wir fertig sein, bis a 8 Uhr. Wenn mein Mann, il padrone, dich erwischt, di o meo, er schneidet eine Zucchini, in kleine Streifen, mag de minestrone daus, kapische? Eee, go. Salam. Salam, ich heisse Layla. Das isse ein arabische Name, ja, und die bedeutet, in der Obersetzung, bedeutet die Zeit, wenn die Sonne hat, den ganzen Tag gearbeitet, und die sind müde, die Blumen schließen, die Augen senken die Köpfchen, die Vögel fliegen nach Hause, in der Näste, und Frau Nachtigall weckt ihre Jungen, und Herr Nachtigall sitzt schon längst im Pendlerzug, Nachtarbeiter, Gastarbeiter, und der Mond ist aufgegangen, ja, und der Mond ist aufgegangen, die Stähne verschenken, er liest kurz die Nacht. Ja, 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 ich komme aus Schurkistan, und, ja, ich suche ein Habibi, Habibi, das ist das orientalische Wort, das arabische Wort für Liebling, ja, ja, meine Hobbys sind, kochen, waschen, putzen, Kinderkirigen, und Terrorismus. Also Terrorismus, das mache ich mit der Baklava. Kennen Sie? Baklava, diese orientalische Süßigkeiten, mit dem Blätterteig, mit den Nüsse, mit dem Honig, sehr gut, aber ist es Kalorienbombe? Wenn du das isst, du brennst für mich. Ruf mich an, Salam Habibi, Dankeschön, gute, geht. Natja Malé, Dankeschön. Natja Malé, Dankeschön.